Seid ihr alle pünktlich gewesen? Oder war es mit dem Zug irgendwas? Irgendwas soll hier immer mit dem Zug sein, habe ich gehört. Ja, also, ich glaube, das wird kuschelig heute Abend. Ich habe mir schon das Hemd ausgezogen, T-Shirts, das geht auch so. Also, ich werde nicht alle sehen können und nicht alle werden uns sehen können. Wenn ihr euch setzen wollt, dann wird es wahrscheinlich auch problematisch. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir die erste BAP-Tour angekündigt haben, wo wir gesagt haben, wir bieten noch Sitzplätze an. Das war ein Riesentheater, wollten sie alle nicht. Jetzt wären sie alle froh, wir hätten Sitzplätze.